ja moin willkommen zurück zu adhaka saunen patrol irgendwie sind wir letztes mal in the pines umgelaufen und sind da in so ein portal gegangen und wieder in den blue caverns gelandet und ich wollte euch ja wieder in the pines begrüßen aber dass ich den weg gesucht habe bin ich hier aufgestoßen in den blue caverns ich weiß nicht ob wir hier schon waren deswegen dachte ich mir schmeiße ich doch jetzt mal die aufnahme an kommt mir nicht bekannt vor was oder weiß es nicht aber glaube ich hier geht es ja ich glaube schon ja okay ja gut also habe ich euch ja fast in the pines wieder begrüßt ok wo sind wir das ist portal da ist das boot also gehen wir genau am rand lang da in dieses diese land zunge oder dass das sein soll leider ist es halt wieder dunkel hallo ähm okay pinke stein tatur hinter portal in the pines ok ich kann aber nichts mit dem machen alter alter holy shit oh 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 damn god damn it alter hat mich das erschrocken oh hat man glaube ich ein bisschen gemerkt wo kam er denn her und seine kleinen freunde ey und meine sinne aber auf zack sage ich euch kann mich nichts mehr überraschen anscheinend ist hier doch nicht diese diese sumpf wo die stadt ist könnte dann sumpf sein aus rich vielleicht ist es nicht du darfst es ja irgendwann nicht mehr weitergehen ok you found a strange device it's some sort of device for storing and transporting a.i. you don't have any use for this right now ok a.i. a.i. found an a.i. transfer drive in a freight car in the pines maybe it could be useful some day ok leider nicht jetzt na gut hier können wir nicht rein ich höre doch schießen ich höre doch schießen ich höre doch schüsse ja hier ist noch ein eingang können wir aber nicht weiter ok mehr ist hier nicht anscheinend nicht da ist eine anomalie natürlich nicht rein also ist das für dieses transport zeug hier und das findet hier ist der bunker mit der mit dem wolf wurde markiert auf der karte etf gehen wir jetzt mal hier so lang an der wand oh ah hier ist das andere lager wahrscheinlich hey ja hier sind auch ein paar leutchen junge ja oh god ah heilung ok sniper rausholen noch jemand wer noch auf die fresse oder was falsch bei euch das waren alle hier ist wieder reboot zeug okay professor i had our friends at r d build your present go ahead and try them on i'm sure you have no issues thing for yourself what they can do denn es ist nachtig gerät okay die sehen alles biologische irgendwie okay das ist natürlich geil durch wände und so nee ach du scheiße hier ist wieder sowas i can leave you hidden messages with them to okay hey das ist die drei punkt hallo professor do you like your new toy schon ja schon da ist ja mal gehen wir mal dahin ach das ist das ist eine anomalie und die sehen wir was ist das bewegt sich was oh gott 36 b2 und blue caverns b1 und conduit will ich zum conduit oder will ich erstmal zum nekropol ein power plant haben wir haben wir eine quest ich glaube dann gehen wir mal erstmal richtung power plant hier ist noch was da waren wir drin moment steht hier noch was vielleicht ne ja zum conduit würde ich sagen ihr kleinen kackviecher man ja ok eindeutig eingang zum conduit denke ich mal telefon 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 was war das ich weiß es nicht bin ich wieder von so einem komischen skeletttyp überrascht werden ok dann gehen wir rein oder was sind wir jetzt im conduit ja anomalie und was hellblaues und was ist das ok hier komme ich ist wahrscheinlich der andere weg ich irgendwie rein ja artefakt geilo oder ist jemand aber ich will erstmal zu diesem komischen schleier da die hölle einfach nur eine anomalie auch nochmal zwei leute moment das ist ein big boy ist das der eine typ jo der uns irgendwie hilft ich habe auch keinen begleiter mehr ich habe vergessen das einzustellen mit dir wo wo the fuck ok woher kommst du auf einmal ok 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 ist weg hinten da ist irgendwas dickes oh boy warte mal kann ich nicht einfach companion kann ich ja hier anstellen stellen müsste ja jetzt eigentlich irgendwie jemand spawnen leben ja was ist das zeug mach macht aber nix ok ok moin wo the fuck are you hört einfach immer auf und ist freundlich was was zur hölle ist das das wieder das radio ja das radioaktive zeug nein ja doch sniper ist glaube ich gar nicht mal so geil jetzt gerade wir brauchen bestimmt irgendwie ein hazard suit oder so um da durchzukommen wow okay n02 weiß nicht was das ist ich nehme mal ja es ist kein wolf das ist ein wolf erstmal den wolf creepy man hier geht's doch ja zum power plant und zwar nach westen ich glaube das ist das das ist der weg zum power plant war oder ist halt versperrt witzig oh ich habe nichts gesagt hier ist ja noch was das geht nach westen hmm da ist nochmal leben oh oh ist das power plant administration okay das ist nicht auf der karte hier können wir nicht weiter also ist das ein kleines gebiet irgendwas drin ist so war das bis jetzt immer bei solchen sachen die nicht auf der karte sind höre was aber da ist unser freund wenn neues gebiet geladen wird dann werden die glaube ich auch geladen unser companion scheint kann man ja auch noch andere companions freischalten sonst würde man die ja nicht auswählen können äh wo seid ihr hallo keine ammo oh gott da sind ja noch richtig viele oh fuck keine munition mehr okay hier ist anscheinend irgendwas richtig krasses wenn hier so viele leutchen sind keine munition mehr oh hey und bei mir fängt es an zu regnen geil tobi 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 okay gebt mir bitte eure waffen so ja lassen wir es nämlich gut gegen schilder und die haben alle schilde ich gehe direkt hier hoch von oben angreifen sind wir besser bin ich irgendwie ach schade ey oh gott oh gott okay okay gucken wo sind nur welche da unten äh alter von wo auf einmal hä unser freund aber man hört das den regen nicht wahrscheinlich aber wenn ich rede oh gott rein höher höher ist keiner nope nope ist tot oh gott okay in der nächsten folge noch mal versuchen holy shit vielen dank für sein scheiden ich glaube es hat euch gefallen bis zum nächsten mal da werden wir rausfinden was in der administration so gibt bis dahin ciao ja